Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer vor den Monitoren im Homeoffice oder dann eben auch noch im Büro. Vielleicht hat man zwischendurch auch den Arbeitsplatz gewechselt. Das ist ja heutzutage alles möglich bei der neu gewordenen Flexibilität. Wir kommen damit zum Abschluss dieser Veranstaltung. Und ich muss mich leider etwas kurz halten, aber ich denke, wir haben heute sehr, sehr viel Spannendes gesehen, sehr, sehr viel spannende Ergebnisse gesehen vom Projekt Akkord. Wir haben Vorträge gehört zu den verschiedenen Testfeldern, zum Testfeld hier auf dem Campus in Melaten, zum Testfeld in Aldenhofen auf der Bundesstraße, zum Testfeld auf der Bundesautobahn, zu den vernetzten Lichtsignalanlagen an drei Standorten in Aachen. Wir haben gelernt, wie die verschiedenen Testfahrzeuge dann eben mit dieser Infrastruktur kommunizieren, wofür sie genutzt werden kann. Und wir haben vor allem dann auch gelernt, wie funktioniert eigentlich dieser digitale Zwilling, von dem immer alle reden, der aber irgendein Konstrukt im Hintergrund ist. Da haben wir sehr, sehr schöne Vorträge gesehen, die uns erklärt haben, wie die Daten fusioniert werden, welche Anforderungen es gibt, wie das dann wieder in die Simulation eingespielt werden kann und was damit am Ende wirklich alles gemacht werden kann. Und zuletzt haben wir natürlich auch noch gesehen, just in diesem Moment, was das Ganze dann für eine Stadt bedeutet, wie man als Stadt in die Zukunft schauen kann zu diesem Thema. Und ich denke, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Abschluss auch für dieses Projekt, dass man sagen kann, ja, wir haben sowohl technisch ein Testfeld geschaffen, was einzigartig in Deutschland ist, in seiner Breite, in seiner Datenqualität, die aufgezeichnet wird, was aber gleichzeitig eben nicht für die Schublade erforscht wurde, sondern es wurde für den öffentlichen Dialog, für den gesellschaftlichen Dialog verwendet. Und genau das möchten wir weiter treiben, weil die Frage auch im Slido nochmal aufkommt. Nein, wir werden natürlich nicht alle Sensorstationen, alle Lichtsignalanlagen jetzt am 1.4. wieder abbauen. Das ist nicht unser Ziel. Das kann nicht das Ziel von Forschung sein. Das Ziel von Forschung muss sein, Infrastruktur aufzubauen, die dann für weitere Forschung genutzt werden kann. Und deswegen hoffen wir sehr darauf, dass wir gemeinsam mit dem BMDV, mit dem Verkehrsministerium aus NRW, mit den Projektträgern und allen Akteuren Möglichkeiten finden, diese Testfelder, wie sie hier in Aachen entstanden sind, aber auch national an ganz vielen anderen Standorten, auch nach der Initialförderung weiter zu finanzieren und weiter betreiben zu können. Und ich glaube, Sie haben alle gesehen, dass wir hier eine sehr, sehr motivierte Runde hatten und alle genau an diesem Strang ziehen wollen. und alle weiterarbeiten wollen. Mir bleibt jetzt an der Stelle nur noch einen kurzen Ausblick zu geben auf das, was dann eben noch kommen kann. Wir haben schon einige Möglichkeiten gehört. Wir haben schon vom Projekt Komoot Next gehört, wo es eine Fahrfunktion gab. Wir haben von Projekten zum Thema Absicherung, Szenarien-basierten Ansätzen gehört, V&V-Methoden, gab es jüngst auch ein großes Halbzeit-Event. Es gibt das Projekt Unica Agile, in dem wir vollständig neue Fahrzeugkonzepte entwickeln, die dann eben unter der Nutzung dieser Infrastruktur entwickelt und getestet werden können und später vielleicht betrieben werden können. Also wir haben noch ganz viel vor. Wir wollen weitermachen mit diesen Testfeldern. Wir haben hier wirklich oder das Projektteam hat hier wirklich eine sehr, sehr tolle Grundlage geschaffen. An der Stelle möchte ich mich dann bedanken. Zunächst natürlich beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr für die Förderung des Projektes. Ohne diese Fördermittel wäre das Projekt natürlich nicht möglich gewesen. Für die Unterstützung aber auch des Landes NRW und natürlich des Projektträgers, der uns in diesen vielen Ups and Downs, wir haben dieses Bild gesehen, im Vortrag von Frau Dr. Hanke sehr, sehr gut unterstützt hat. Das ist ein einmaliges Projekt. Es ist kein normales Forschungsprojekt für viele von uns gewesen. Ich glaube, das können alle Mitglieder des Konsortiums bestätigen. Aber es hat am Ende doch Spaß gemacht. Und deswegen gilt natürlich der größte Dank dem Projektkonsortium. Ich schaue jetzt hier nach rechts. Da sitzen alle. Einen riesengroßen Applaus virtuell und auch von mir hier für das Projektkonsortium. Es ist wirklich ein tolles Projekt gewesen. Es hat tolle Ergebnisse hervorgebracht. Und ja, natürlich auch noch mal ganz gesondert ein großes Dankeschön an den Lauren Klücker, der das Projekt von Anfang an koordiniert hat, der sehr, sehr viele, das kann ich bestätigen, Tage und auch Nächte damit zugebracht hat, das möglich zu machen, dass wir hier diese Infrastruktur jetzt sehen, mit der Unterstützung vom gesamten Projektteam. Ich glaube, da ist ein sehr schönes Team auch zusammengewachsen. Und wir hoffen natürlich alle, dass es damit auch weitergeht, dass dieses Team gemeinsam mit weiteren Partnern weiterforschen kann, dieses Testfeld nutzen kann und am Ende noch weitere spannende Ergebnisse und tolle Ergebnisse produzieren kann. Alle Unterlagen, die Sie jetzt heute hier gesehen haben, die Präsentationen, die werden wir Ihnen im Nachgang natürlich digital zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn Sie dann auf die Projektwebseite gehen, wo Sie auch schon die Informationen zum Abschluss-Event bekommen haben, werden Sie die Präsentationen herunterladen können. Sie können sich aber auch jederzeit an die Kontaktadressen, die entweder in den Präsentationen bereits eingeblendet waren oder dann auch auf der Homepage zu finden sind, wenden, wenn Sie noch weitere Fragen adressieren wollen. Die Fragen, die übrig geblieben sind aus dem Chat, die können wir jetzt leider nicht mehr beantworten. Das würde den Zeitrahmen sprengen, aber auch die werden wir versuchen, nachträglich noch einmal für Sie aufzubereiten. Damit war es das für heute. Ich hoffe, wir hatten gemeinsam einen schönen Tag. Ich hoffe, Sie haben alle etwas mitgenommen. Sie konnten spannende Eindrücke gewinnen und wir konnten Sie für die Forschung des Projekts Accords und den Testfeldern, die entstanden sind, begeistern. Und wir hoffen alle und drücken die Daumen, dass es weitergeht. Wir bauen darauf Ihre Unterstützung. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und noch einmal einen großen Applaus an das Projektteam. Der Applaus kommt jetzt hier sicherlich gleich auch aus dem Raum. Und vielen Dank an alle zu Hause und einen wunderschönen guten Abend noch. Bleiben Sie alle gesund, das ist wichtig in der Zeit. Und genießen Sie das tolle Wetter, was es nicht mehr gibt. Es tut mir leid, genießen Sie das tolle Wetter, wenn es wiederkommt. Also bis dahin, machen Sie sich einen schönen Abend.